Wie ist das Viertelfinal aus der deutschen Nationalmannschaft bei der EM zu bewerten? Berti Vogts findet deutliche Worte und fordert Änderungen. Die deutsche Nationalmannschaft musste sich bei der Heim-EM im Viertelfinale gegen Spanien 1 zu 2 geschlagen geben, nach einem Last-Minute-Treffer in der Verlängerung. Damit schnitt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann, 36, besser ab als bei vorherigen Turnieren, und schaffte es tatsächlich nach viel Skepsis im Vorfeld, eine EM-Euphorie zu entfachen. Vogts wünscht sich Sonderlehrgang für Nationalspieler zurück. Doch diese positive Entwicklung hindert Ex-Bundestrainer Berti Vogts nicht daran, harte Kritik zu üben. In seiner Kolumne für die »Rheinische Post« kritisiert Vogts das aktuelle Leistungsniveau der Nationalmannschaft deutlich. Wir haben zu wenig Weltklasse im deutschen Fußball, wir können mit den internationalen Top-Teams nicht mithalten. Nicht mit der Nationalmannschaft und auch nicht im Vereinsfußball. Der Europameister-Trainer von 1996 fordert, mehr ehemalige Nationalspieler einzubinden. Wo ist Lothar Matthäus? Wo ist Michael Ballack? Wo ist Bastian Schweinsteiger? Wo sind all die anderen? Fragt Vogts. Auch Christoph Kramer oder Per Mertesacker wären mit ihrer Sachkenntnis tolle Trainer. Es wäre schön, wenn sie den Weg gehen würden. Statt im TV möchte Vogts die einstigen DFB-Stars lieber beim Verband sehen. Warum sind diese Top-Leute nicht beim DFB eingebunden? Warum nutzen wir diese Expertise nicht? Ich habe sie nur im Fernsehen als Experten. Schade. Vogts wünscht sich deshalb den Sondertrainerlehrgang zurück, den es früher für ehemalige Nationalspieler gab. Darüber hinaus bemängelt Vogts, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Top-Nationen wie Spanien mit Lamini Jamal, Frankreich mit Kylian Mbappé sowie England mit Jude Bellingham und Phil Foden zu wenig herausragende Einzelspiele habe. Wir haben mit Jamal Musiala und Florian Wirz zwei, die da mithalten können. Zwei. Das ist zu wenig. Wir haben zu wenig Individualisten, zu wenig Spezialisten. Da müssen wir ansetzen, fordert Vogts. Zwei. Das ist zu wenig.